Musik Sehr schön, ich bin mein Golden. Ja, damit herzlich willkommen nochmal von mir. Das waren die letzten beiden Runs. Einmal Super Mario Odyssey Triple Bingo. Und dann natürlich den kleinen Bonus, den wir mit dem guten Hinblick eingeblüht haben, den Nippel-Persend. Ja, wir sind ein wenig, ein klein wenig Frühjahr fertig als wir dachten. Ungefähr eine halbe Stunde. Kommt auch relativ selten vor in einem Speedrun-Event, dass es mal so wenig Probleme gibt, dass man sagen kann, jo, wir waren eigentlich ganz flott. Obwohl wir Speedrunner sind. Ähm, ja, ich möchte den heutigen Tag erstmal abschließen. Ich gucke noch einmal mal draußen mit euch. Ist leer, der Eingang zumindest. Ich weiß nicht, wie es in den Hallen aussieht. Ich habe sie seit ein paar Stunden schon nicht mehr gesehen. Aber, ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall sehr, sehr viel Freude. Es war mir ein absolutes Fest. Wir hatten echt viele schöne Sachen. Wir hatten Odyssey, wir hatten Command & Conquer. Aber, ähm, wir hatten einfach viel. Und es ist ein langer Tag mittlerweile. Dementsprechend ist mein Gedächtnis auch nicht mehr so ganz das Beste. Aber ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Und, ja, morgen sehen wir uns wieder. Aller alter Frische. Wir werden gleich ein bisschen den nächsten Tag mal vorbereiten. Wir werden schlafen gehen. Und, ja, in dem Sinne würde ich sagen, das war der erste Tag der Doku-Me mit uns. Von uns, für euch, mit euch. Und dann sehen wir uns morgen wieder. In dem Sinne, bis denn. Wuhh! Wuhh!